Hallo liebe Klasse! Ich werde über meine Zukunft sprechen. Vorher habe ich immer auf meine Zukunft gesorgt. Ich hatte keine Ahnung was ich machen will oder vielleicht habe ich zu viele Ideen gehabt und keine Ahnung ich sie alles schaffen konnte und über das letztes Jahr hat Gott mir gezeigt, dass ich über meine Zukunft nicht sorgen musste. Ich muss nur auf ihn vertrauen und er weiß alles besonders meine Zukunft. Das ist super, aber wenn ich mir meine Zukunft vorstelle, es sieht so aus. In fünf Jahren werde ich die Universität fertig machen und einen Bachelor's Degree haben. Ich werde schon ein bisschen Erfahrungen beim Englisch oder Deutsch Unterrichten haben und ich werde genug Geld haben mich nach Europäer umzusehen. In zehn Jahren werde ich Lehrerin oder Missionaren oder beide. Ich werde in Irland, Niederland und Ungarn wohnen und arbeiten und sogar mehr Länder besuchen. Ich werde auch Niederländisch und Ungarnisch lernen und hoffentlich auch einen irischen Akzent. Ich werde auch mit einem Freund Flo eine Zeitkapsel in den Bergen ausgraben. In 20 Jahren werde ich endlich in Österreich wohnen. Ich werde einen tollen Job haben. Ich werde einen österreichischen Mann heiraten und wir werden drei Kinder haben. Sie werden Deutsch und Englisch sprechen und vielleicht sogar eine dritte Sprache. Wir werden meine Familie immer noch in den Staaten besuchen und eine gute Beziehung haben. Am wichtigsten werde ich einen Unterschied machen. Vielleicht nicht an der Welt, aber im Alltag der andere.